Hast du auch zu Hause noch ein paar Pappteller rumliegen und möchtest du sie einfach recyceln? Dann habe ich hier jetzt passend zum Herbst eine perfekte Idee für dich. Falte den Pappteller in der Hälfte, schneide dir dann ein paar Zentimeter von dem gekrischelten Papptellerrand ab und klebe ihn mit Heißklebepistole zu einem Stiel vom Pilz zusammen. Den oberen ausgeschnittenen Halbkreis klebst du auch zusammen und benutzt ihn später als Pilzkappe für deinen Fliegenpilz. Damit du den Stängel vom Pilz besser reinstecken kannst, kannst du in der Fliegenpilzkappe unten noch ein kleines Loch reinschneiden und dann natürlich alles rot anmalen. Den Stängel kannst du unten mit etwas grüner Farbe versehen, sodass man denkt, es wäre ein bisschen Gras. Zum Schluss brauchst du natürlich noch viele kleine weiße Punkte, die du dir ausschneiden und anschließend aufkleben kannst. Je mehr Punkte, desto besser. Und zum Schluss steckst du dann deinen Fliegenpilz zusammen. Viel Spaß beim Ausprobieren, folg uns für mehr Bastelideen!